Entschuldigung. Ich wollte Ihnen noch sagen, wie großartig die Vorlage. Ich bin meistens unter Wasser, ich bin Industrietaucher. Ich tauche hier die Brückenköpfe ab und jetzt drohne ich mir einen Kaffee. Da dachte ich, vielleicht würden Sie gerne einen Kaffee gewährt hier aufbauen. Ihr Handy liegt da auf dem Boden. Ich hole das mal, ja? Ich wollte es noch nicht stürmen, das ist auch unverschämt. Kein Problem, ich geh dann mal. ... ... Kaffee ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018